ja wieder mal ein super idyllisches plätzchen mitten im thüringer wald jetzt suchen wir hier ein cage mit dem namen stilles örtchen sieht nicht so aus als würde hier irgendwo ein dixi klo stehen oder ein häuschen toilettenhäuschen aber das könnte was sein gefunden bitte spülen und schwupps da ist der geocage und das lachbuch sehr gut niedlich gemacht wunderschön mit magneten gehalten einfach magneten mechanismus von unten jetzt klemmt ach so